Wir kommen heute zur Prämierung der schönsten Stände 2007 und das wollen wir mit einiger Spannung über die Bilder bringen. Hallo ihr Lieben, schön wieder hier zu sein. Wir sind dieses Jahr das neunte Jahr da und wir haben dieses Jahr für euch die Ritterspiele auf Burg Fleckenlecker präsentiert. Ich hoffe es hat euch gefallen, uns hat es viel Spaß gemacht. Der zweiten Platz hat gemacht Selten Selters. Selten Selters bedankt sich bei allen Zuschauern für das unglaubliche Interesse und ich hoffe es hat Ihnen auch ein wenig gefallen, dass eine neue Gruppe wie Selten Selters hoffentlich den Zöpkesmarkt in diesem Jahr ein wenig belebt hat. Und wir haben jedes Jahr ja auch versucht so ein bisschen Werbung dafür zu machen, dass sich neue Gruppen finden und freuen uns natürlich darüber, dass mit Selten Selters eine neue Gruppe angefangen hat und auch schon sich in den obersten Platzierungen wiedergefunden hat. Und als Veränderung am selten Selters möchten wir euch etwas geben, ein Geschenk für alle ehemlichheit. Irgendwann ist es vorbei mit der Rauferlöckerei, doch eure Shows, die bleiben für immer und ewig stehen. Lieber Philipp, wir kennen uns lange Jahre. Ich habe dich schon oft hier prämieren dürfen und ich habe gestern laut lachend an eurem Stand gestanden. Da sind wir und es kommen alle nach vorne, genau. Vielen, vielen Dank! Die Wanderdruppe Mila wird überreicht von Miss Söpchen, der Geldpreis von 150 Euro an die Aul Basolünker. Und jetzt, meine Damen und Herren, live in Solingen nur für Sie! Will Lanzauer! Wie ist das? Was ist das? Wie ist das? Wie ist das? Und die Männer, und alle zusammen, hier ist die Hymne, meine Damen und Herren. Darin schon, da stehen wir hier und wir danken Schöner für, dass er dich uns gegeben hat. Meine Damen und Herren, ich kann Sie nicht hören, Sie müssen auch mitsingen. Die Hymne, 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 die Hymne. Für Sie, meine Damen und Herren, die Hymne, die Hymne, die Hymne, die Hymne, die Hymne, die Hymne. Wir kommen heute zur Prämierung der schönsten Stände 2007 und das wollen wir mit einiger Spannung über die Bühne bringen. Hallo ihr Lieben, schön wieder hier zu sein. Wir sind dieses Jahr das neunte Jahr da und wir haben dieses Jahr für euch die Ritterspiele auf Burg Fleckenlecker präsentiert. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Uns hat es viel Spaß gemacht. Der zweiten Platz hat gemacht Selten Selvers. Selten Selvers bedankt sich bei allen Zuschauern für das unglaubliche Interesse und ich hoffe, es hat Ihnen auch ein wenig gefallen, dass eine neue Gruppe wie Selten Selvers hoffentlich den Zöpkesmarkt in diesem Jahr ein wenig belebt hat. Und wir haben jedes Jahr ja auch versucht, so ein bisschen Werbung dafür zu machen, dass sich neue Gruppen finden und freuen uns natürlich darüber, dass mit Selten Selvers eine neue Gruppe angefangen hat und auch schon sich in den obersten Platzierungen wiedergefunden hat. Und als Veränderung am selten Selters möchten wir euch etwas geben, ein Geschenk für alle ehemlich weit. Irgendwann ist es vorbei mit der Auferklöckerei, doch eure Shows, die bleiben für immer und ewig stehen. Lieber Philipp, wir kennen uns lange Jahre. Ich habe dich schon oft hier prämieren dürfen und ich habe gestern laut lachend an eurem Stand gestanden. Da sind wir und es kommen alle nach vorne, genau. Vielen, vielen Dank! Die Wandergruppe Mina wird überreicht von den Stöpken. Der Geldpreis von 150 Euro an die Aul-Basolünker. Und jetzt, meine Damen und Herren, live in Solingen nur für Sie! Schön langsam! Oh! Wow, ja, ja, ja. Boy, what's the unclear one? Woah! Yeah, 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 yeah. We come to cool with the money and the god of guests. Let him know you got that cake straight out the gate. We gonna do women's summer sneakers for whores and stay lost in mind. Yeah, we've been heroes. So, it's the Greek, but actually we're los. Oh, keep playing. Scat. Yeah. Oh, well, doing shoes, getting all from the dudes for a bad ass. Six from them. Oh, hey, sisters. So, sisters. Better get that dough, sisters. Yeah. Und die Männer, und alle zusammen, hier ist die Hymne, meine Damen und Herren. Wir sagen schon, da stehen wir hier, und wir danken Schöner für, dass er dich uns gegeben hat. Halte mal, ich kann Sie nicht hören, Sie müssen auch mitsingen. Für Sie, meine Damen und Herren, die Originalhymne vom Zipkes Mark 2007, der ist etwas präsentiert von allen Gruppen. Wir sehen uns 2008 wieder in alter Früche. Dankeschön.